Zuerst sieht er aus wie eine leergepumpte Blutkonserve. Aber mit etwas Pressluft erwacht dieser Gummi-Roboter zum Leben. Dann erinnert er an einen Tintenfisch mit vier Armen. Und wie sein Vorbild aus dem Ozean kann sich der künstliche Oktopus sogar tarnen. Wissenschaftler der Harvard-Universität in den USA haben sich bei der Entwicklung dieser sogenannten weichen Maschinen von Vorbildern aus dem Tierreich wie Seesternen oder Kalamaren inspirieren lassen. Was sie besonders interessiert, ist die Fähigkeit, sich unsichtbar oder besonders bemerkbar zu machen. Durch mikroskopisch kleine Kanäle in der durchsichtigen Haut können je nach Einsatz Flüssigkeiten von unterschiedlicher Farbe gepumpt werden. Ist die Flüssigkeit kalt oder warm, dann wird der Gummi-Roboter sogar für Infrarot-Kameras unsichtbar. Und genau diese Eigenschaft macht das Kunststoffkerlchen interessant für einen militärischen Einsatz. Vielleicht werden die Kriege der Zukunft auch mit solchen unsichtbaren Gummikriegern geführt.